Willkommen zurück, liebe Leute, bei Forma-Aid. Ja, ich habe jetzt hier die tolle Aufgabe und darf hier nochmal Pinball spielen, wie auch immer. Woo, gleich auf Anhieb geschafft. So muss das sein. So, und natürlich wollen wir noch ein bisschen Energie haben. Ja, das reicht, das reicht, das reicht, komm. Reicht, wir haben volle Energie, damit gehen wir volle Energie nach oben. Gehen voll Gas nach oben. Halt, stopp, das bringt mich jetzt nicht weiter. Aber er hat die Tore offen gelassen, das finde ich gut. So, gehen wir hier durch. Wunderbar, ah, ist das schön. So. Wow. Wir gehen hier schnell lang. Und hier lang. Und hier und, ähm... Oh, verdammt. Egal, wir holen mal die ganze Energie ein. Wow. So. Ich habe übrigens... Oh nein. 30% des Spiels abgeschlossen. Und mache mich jetzt gerade hier richtig gut, finde ich. Oh nein. Das wird jetzt lustig, das wird lustig. Halt. Erst mache ich euch hier. Oh nein. So, mach ihn platt. Egal, das holen wir uns mal alles ran. So. Okay, weg mit dir. Wui. Brauche ich zur Zeit nicht. Und hier sind wir durch. Geile Sache. Geile Sache. Wir haben es geschafft. Boah, ich bin begeistert. Okay, und jetzt... Wieder Rätsel. Okay. Du gehst da hin. Wo... Du gehst mich hin? Dann gehen wir erstmal nach oben. Gehst du halt da hin? Du gehst da hin? Super. Ähm. Ja. Geht doch in die andere Richtung. Okay. Jetzt sind wir hier. Oh, das ist gut. Da haben wir den hier. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. So. Okay. Wir sind jetzt hier nach unten. Und da lang. Nein, oder auch nicht. Okay. Okay. Gehen wir mal nach links lang. Ach. Mist. War der Falsche. Jetzt geht das los. Da muss ich rein. So. Wenn ich nach unten gehe, komme ich wieder zurück. Das heißt, ich muss nach oben. Doof. Da komme ich wieder nach rechts. Also muss ich doch nach unten. Unten kann ich nur noch so lang. Oder habe ich mich jetzt hier irgendwo getäuscht? Ach. Jo, ich kann ja auch nach links. Okay. Okay, jetzt weiß ich jedenfalls, wie es geht. Oh nein. Das funktioniert so nicht. Das ist doof. Der fliegt da lang. Und der kommt da raus. Verdammt. Äh. Das ist natürlich jetzt echt wieder so ein richtig schönes, kniffliges Rätsel. Also wir müssen nach links. Müssen dann nach oben. Ne, ist ja falsch. Wir müssen nach unten. Und wo wartet mal oben. Ne, oben ist falsch. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Da ist es dann. Okay. Ich habe ihn erwischt. Aber er geht nicht mehr nach unten, ne? Ach, Mann. Schade. Aber okay. Dann jetzt hier durch. Jetzt immer nach links. Nein, nach oben. Nach oben. Oh nein. Er geht nicht nach oben. Du nach oben. Oh nein. Ach, da ist noch so ein Schalter. Ach, nö. Ich muss einmal komplett nach links. Ah, shit. Falsch. Okay. Jetzt nach unten. Okay, hat er erwischt. Jetzt ist, jetzt sollte alles auf sein. Jetzt immer achten, dass er links ist. Lieber Geduld haben und warten. Anstatt jetzt hier voreilig zu handeln. Jetzt komm nach links, nach links. Nach links. Darf ich durch? Jetzt darf ich durch. Danke. Für diesen schönen Abend. Und... Oh nein. Das sieht aus wie ein Bosskampf. Oh, shit. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Ich dachte mir fast schon. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh 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 oh. Was muss ich hier machen? Halt. Ich darf da hoch. Er hat mich erwischt. Oh man. Mann. Ich hab's nicht gesehen, dass da oben die Tür aufgegangen ist. Aber cool. Er hat mich hier gespeichert. Das find ich nett. Okay. Okay. Ich setz den da raus und ich will da oben lang. Musst den ja auch noch hier kaputt machen. So. Okay. Okay, wir kommen ja sehr schnell weg. Hier durch. Komm. Nein. Oh oh. Weg. 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 Ich hätt's fast geschafft. Ich hätt's fast geschafft. Oh mein Gott. Oh. Ah. Ostkampf um die Zeit, ey. Komm, Gas. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Das war doof. Oh komm. Oh komm. Oh komm. Oh komm. Oh shit. So. Komm weg. 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 Egal. Wir haben den Key. Und der ist gefangen. Wow. Das war knapp. Das war richtig knapp. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier wieder. Will ich hier oben lang und... Ah, da lang darf ich gar nicht. Okay. 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 Wir fliegen hier einfach mal oben durch die Gegend. Klar, dass man hier nicht so die Karte sieht, so mit ein paar Details. Fliegen wir mal runter. Das Pfeifen hier oben. Du bist ja krass drauf. Aber egal, da haben wir auch noch was. Okay. Okay. Ich will mich jetzt erstmal nicht mit denen anlegen. Ja, hi. Machen wir hier nicht so einen Lärm. So. Okay, da kann ich auch nichts machen. Ich glaube, ich muss fast an dem lang, ne? Nein. Nein, ich kann hier lang. Ich kann hier lang. Oder? Okay. Da haben wir jetzt nun mal keine Ahnung, wie viel. Fakt ist, da komme ich her. Also, ich muss zu dem Typen. Ich würde sagen, wie das Ganze weitergeht, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge zu. Formate. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.